Ciao a tutti, heute machen wir ein bisschen was sommerliches, ein sommerliches Getränk, deshalb habe ich auch mein T-Shirt mit diesen kleinen süßen runden Smileys an, weil das ist ein super Getränk für gutes Wetter, für gute Laune, wir nennen das Ganze, oder es heißt eigentlich auch Limoncello Spritz und ich verrate euch einfach mal was alles drin ist und bei der Menge der ganzen Sachen, das ist nämlich so schön an diesem Getränk, könnt ihr so variieren wie es euch am besten gefällt. Es wirkt richtig gut. Welche Zutaten brauchen wir jetzt also konkret? Wir haben natürlich Limoncello für den Spritzsparkl, haben wir Prosecco, haben wir Mineralwasser, Tonic Water, wir haben Minze, wir haben Limette und Eiswürfel, denn das Ganze servieren wir natürlich auf Eis, also wie gesagt, wir machen das Ding direkt im Glas fertig, Eiswürfel rein und diese wunderbar süßen, Gläschen, wir fangen mit unserer Hauptzutat an, dem Limoncello, tada, und ich würde euch da empfehlen, 5 CL pro Glas, dann kommen wir zum Prosecco, da nehmen wir 8 CL pro Glas auch und dann noch je 3 CL Tonic Water und 3 CL normales Mineralwasser. Und dann haben wir es schon fast geschafft, jetzt fehlt nur noch unser Zitronenanteil, schneiden wir hier einmal an und dann schneiden wir hier 2 Scheiben runter und das Ganze ist immer noch nicht ganz fertig, wir brauchen ein bisschen Minze. Einmal kurz anklatschen und fertig ist unser Limoncello Spritz, schönes italienisches Sommergetränk, also ich glaube, das wird euch schon ganz gut schmecken, genießt es, ich hoffe euch hat das Video gefallen, wenn ja, dann lasst den Daumen nach oben da, abonniert gerne den Kanal und schreibt alles, was ihr wollt, in die Kommentare, wir antworten auf alles. Ciao.